Sachen, die Fortnite-Spieler nie sagen würden. Jetzt für euch, lasst ein Like da und viel Spaß mit dem Video. Ah, wie ich es liebe, einfach hier mir den Bildschirm anzugucken und einfach zu warten, bis die Hunde anfängt. Es ist einfach das Beste. Guckt euch einfach an. So schön. Oh, ich komme dann nicht an, wo ich hinkommen wollte. Ja, dann gehe ich das Stück einfach zu Fuß. Wer braucht schon Materialien? Ich baue eh nichts. Was ist das denn? Ach, das braucht keiner. Hier ist ja eine Chester. Ach, die belasse ich dann immer lieber. Ja, Leute, das war auf jeden Fall mit dem Video. Ja, was soll ich sagen? Lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like und teilt das Video am besten. Das würde mich gerne unterstützen. Und ja, ich gebe mir mal vorstellen, was ich jetzt nicht so schön ein Video machen soll. Und ja, dann sehen wir uns das ja auch beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.